hallo meine freunde und herzlich willkommen ich wünsche euch einen wunderschönen tag freue mich natürlich sehr dass ihr hier mit am start seid und ja es ist jetzt endlich tatsächlich soweit viele leute haben gefragt hey tobi wann geht es endlich los wann ist preseason wo bleiben die änderungen und sie sind genau jetzt da das heißt wenn ihr noch unterwegs seid oder wenn ihr zuhause seid oder was auch immer schmeißt den league klienten an und er wird euch updaten also oder euren klienten updaten und dann könnt ihr quasi auch schon mit den neuen änderungen die wir jetzt besprechen werden starten ich habe überlegt ob ich dieses video überhaupt bringe weil wir haben hier viele änderungen wie zum beispiel diesen artrocks change die wir schon mal besprochen hatten in einem anderen video zwar sind nicht alle sachen genauso durchgekommen wie wir es besprochen hatten aber es gibt noch einige sachen die hier neu sind und ich habe mir gedacht im prinzip schadet es ja nicht ja das heißt zum beispiel artrocks ja hatten wir schon 10 sekunden jetzt nur noch die ultimator 12 sekunden das heißt man hat bessere möglichkeiten um um ihn herum zu spielen ihn vielleicht ein bisschen zu kiten ein bisschen zu slow und dass die ultimate ausläuft finde ich auf jeden fall ganz cool allerdings wird gleichzeitig der blutpool ein bisschen gebufft dass du dich mehr heilst ein champion wo insane interessant ist wo ich echt hart am überlegen bin ist es real diese änderung zum beispiel ist komplett neu ja die habe ich noch nicht vorher gesehen irgendwo vielleicht kann sie die letzten tage auf dem pbe drauf kann sein die w macht jetzt 300 damage und ich denke mir so 300 damage ja das ist das ist ein ultimate zu machen so viel schaden und das ist die w das ist unendlich viel schaden 275 war schon unendlich viel schaden klar du hast eine bedingung du musst es auslösen aber auch das ab scaling jetzt mit 09 dieser space komplett gg also ich muss sagen ich habe den neuen es real noch nicht einmal gespielt kein einziges ich weiß nicht ob die w schwer zu prognose war so ich denke es ist okay weil es geht ja gleich mit dem auto tag aber 300 damage und fast 100 prozentiges api scaling ja moin da sehe ich mich auf api als real außerdem was mit der ult gemacht wird finde ich sehr sehr cool denn sie wird jetzt nicht mehr reduziert pro minion oder gegner hat ja vorher war es so du triffst ein minion 90 prozent schaden noch ein minion 80 70 60 also pro minion zehn prozent weniger damage bis zu 30 deswegen hast du die ultimate in der minion wave geschossen aber die sind alle nicht gestorben super kacke jetzt ist so dass minions und non epic monster 50 prozent damage bekommen das heißt im teamfight ist das ding super geil du schießt es durch die ganze leute durch die kriegen alle den vollen der match vor allem für api als real insane ja da ist die ultimate sowieso super stark und aber auch für ads real klar minions bekommen jetzt noch 50 prozent aber es ist besser wenn alle 50 prozent bekommen als wenn welche 100 prozent bekommen und dann welche 30 prozent also denke ich jetzt einfach mal muss man mal schauen wie das wird ja lissandra ist jetzt genauso rausgekommen wie ich oder wie es quasi auf dem pbe war das heißt sie wird hier noch mal ein bisschen gebufft bisschen mehr attack speed bisschen mehr mana bekommt sie dazu ein bisschen mehr mana regeneration die attack speed fliegen etwas schneller das ja was passiert klar ihre passive ist jetzt das mit diesen eis thralls ich persönlich jetzt können wir wirklich einfach mal schauen ich persönlich hätte gesagt die änderungen sind scheiße ja das ist meine persönliche meinung weil du diese passive einfach nicht wirklich nutzen kannst in der lane bringt sie dir nichts et cetera gleichzeitig klar deine q hat jetzt weniger mana kosten aber du magst das als erstes das heißt du kommst relativ schnell wieder die 72 mana ran du hast weniger damage auf dem w und auch weniger scaling und das gleiche ebenfalls auf der ultimate und ja also ich persönlich hätte gesagt mir gefällt es nicht ich sage ihre winrate wird runter gehen wahrscheinlich wird sie so oder so runter gehen muss man fair sein weil jetzt mehrere leute sie spielen die sie vorher nie gespielt haben aber weiß ich nicht ich finde sie gut aber vielleicht werde ich ja übel von dem gegenteil überzeugt und genau deswegen sage ich das jetzt hier ja vielleicht geht ihr vielleicht ja komplett in zählen weiß ich nicht kann ja sein ich glaube auch ich muss dazu sagen in bronze silber und gold elo da kannst du auch den gegner mit weniger damage kill das heißt ob du jetzt 40er scaling das war 30 ist okay das ist egal das ist in ordnung aber je besser deine gegner werden umso mehr abjusen die dass du keine pässe fasst aber gut nehmen wir sollen thalia thalia wird ja aktuell auch sehr sehr viel mit rum gemacht also klingt jetzt falsch rumgefummelt rumexploitiert das ist alles verkehrt ich komme da nicht wieder raus leute ja auf jeden fall ich habe jetzt diese ändern sind zwiegespalten ihre q cooldown wird auf sieben sekunden im early game reduziert später gleich das heißt ihr könnt sie viel öfter im early game benutzen ihre kosten das lassen wir die kosten beisammen aber wichtig ist was jetzt kommt vorher war es so dass nur enemy champions weniger der mensch bekommen das heißt das erste macht voll damit schon weniger 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 jetzt ist so dass alles 50 prozent reduce damage von steine die nach dem ersten kommen bekommen das heißt naja ob du es auf monster wirfst ob du es auf minions wirfst auf champions jeder kriegt nach dem ersten stein weniger damage außerdem ist der worked growth auf 45 sekunden reduziert das geld allerdings dafür nicht mehr mit cooldown reduction was bedeutet das alles ich möchte nur spekulieren und hier könnt ihr auch gerne was heißt spekulieren wir können das einfach auseinander nehmen und ihr könnt aber gerne mit dazureden ich hätte gesagt diese änderung zielt vor allem darauf ab dass sie nicht mehr so gut im jungle ist dadurch hast du nämlich einfach nicht mehr diesen damage auf diesen monstern um diese zu clearn weil die erste stein normaler damage und alle vollgedämmten steine machen super wenig schaden in der lane ist das nicht ganz so wild weil du musst die minions nicht clear nicht direkt auf level 1 2 3 naja es ist okay du hast deine minions vorne die damage machen und du lastet es halt dabei im jungle musst du aber vorankommen und dieser nerf reduziert dein clear speed insane klar muss man sagen hey der cooldown wird gleichzeitig reduziert das heißt im jungle kann man es öfter benutzen muss man wirklich mal gucken wie sich das so vielleicht ist das ja auch fein wenn man das so nimmt worked ground allerdings ist ebenfalls ein grund dafür dass mid lane gebufft wird denn dadurch hast du natürlich die möglichkeit dass deine mitte nicht immer vollgeflastert ist mit diesen ganzen flächen und du kannst ein bisschen mehr deine steine nutzen im jungle ist das komplett uninteressant also ja naja und klar auch mana kosten weniger mana kosten ist auch besser für die lane anstatt für den jungle wo du eh den blubuff hast ich denke man will also wirklich schauen dass man talia wieder in die mitte bekommt und viele vermissen sie dort tatsächlich auch und ich fände es auch cool wenn sie wieder da mehr viable wäre doran schielt es gilt jetzt mit missing life das heißt je mehr leben ihr habt umso weniger regeneriert das ganze es gilt jetzt anstatt bis zu 20 ap zu 30 wenn ihr 25 prozent missing health habt oder irgendwie so wenn ihr super low seid auf jeden fall ginsos hatten wir auch kurz angeschnitten ginsos macht jetzt quasi kein scaling mehr auf dem on it damage vorher hattet ihr dann scaling mit bonus attack damage und ap jetzt ist es so dass ihr armor penetration und magic penetration bekommt bis zu 15 prozent finde ich persönlich ziemlich krass finde ich persönlich ziemlich krass muss man mal sehen was hat wird vor allem gleichzeitig auch das gold reduziert worden mhm dafür gibt es eigentlich kein attack speed mehr und ability power mehr perfekt das ist hart ne stopp mal kein attack speed keine ap und keine ad okay das ist hart das ist hart das ist hart findest aber okay weil champions die dieses item bauen sind meistens komplett gestört ja das heißt eine vein im late game ein master im late game eine kale im late game einen jacks im late game wobei auf jacks ist eigentlich nicht sondern ist immer komplett gestört weiter gehts jungle items diese änderung muss ich sagen uff denn es wird entfernt es gab ja diese funnel strategie für alle die es nicht wissen man fokussiert das ganze gold auf einen spieler ja das heißt es gibt zwei spieler zwei supporter im prinzip einer der dem ganzen ne du gibst quasi dem mid laner die mitte und dem jungle so und das war die kurzfassung und das wurde quasi da gab es einen nerf das heißt wenn du die person mit dem meisten gold im team warst dann hast du weniger goldfair minions bekommen habt ihr vielleicht mal gesehen habt euch vielleicht mal gewundert dass ihr auf einmal nur noch 4 gold für eine minion bekommen das ganze wird jetzt wieder rausgenommen weil die mechanic gesagt wird hey durch die ganzen änderungen der preseason wird das gar kein problem mehr sein und deswegen ist diese plus 4 gold mechanic raus ja das heißt funnel auf dem blatt papier funktioniert wieder sprechen wir gleich drüber relikschild ist jetzt besser auszulösen ein uninteressant wards kauft eh kein schwein turret plating turret plating ist jetzt dabei habe ich ja schon mal erzählt das heißt ein turm hat jetzt 5000 ap statt 3000 er macht viele haben sich beschwert ja bringt ja gar nichts wenn die nicht mehr damage machen ich weiß gar nicht was ihr für informationen habt aber auch streamer die machen mehr damage leute die kriegen jetzt auch mehr damage und haben ein höheres damage cap das heißt bei 280 und ja für jedes plating bekommt ihr 150 gold rechnet das euch aus mal 5 plus first blood turret ihr seid rich money making rich money boy mit einem blauen mann an der tanke let's go boys so ansonsten auch alle anderen türme machen ein bisschen mehr damage weniger global gold gibt es allerdings und ja also türme insane minions haben wir auch schon drüber gesprochen machen achso übrigens ja wie das mit damage funktioniert ja türme machen mehr damage an minions aber türme machen an minions immer prozentualen damage das heißt sie machen ich glaube auf den cast oder auf den nahkämpfer glaube ich 35% 35% 35% das heißt feuer auto attack nachher auto attack free win das heißt sie machen immer noch 35% da hat sich nichts geändert ja äh minions minions haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen machen jetzt etwas weniger damage an champions und auch an türmen und so weiter scalen mehr mit move and speed das heißt sie werden mit der zeit guckt euch das an das wird übel crazy werden sie laufen nicht mehr plus 25 sondern plus 100 und ich denke das könnte eine dieser änderungen sein die gegen funnel funktionieren das heißt funnel ist halt dadurch gut wenn die minions von ostafrika bis nach nordost südwestanien laufen müssen brauchen die halt drei Jahre das heißt du kannst in der zeit zum jungle gehen und dann gehst du halt wieder darüber und farmst beides ab wenn die minions aber einen move and speed von drei milliarden haben wobei das ist natürlich es gelt ja auch erst mit der zeit da muss man halt mal gucken aber naja das bringt auf jeden fall das spiel ein bisschen mehr tempo rein kann man sagen ansonsten ja guck mal ah ne das ist barren buff damage ja das hatten wir schon alles super minions das sind alles änderungen die habe ich auch schon mal alle besprochen ich denke mal die meisten wissen das ja ja epic monsters spawn jetzt etwas früher das heißt auch hier wird das game etwas schneller werden verstehe ich gar nicht warum sie jetzt sagen das game muss wieder schneller werden verstehe ich ehrlich gesagt nicht dadurch übrigens werden auch gleichzeitig wieder assassinen rein in der theorie auf dem blatt papier stärker ne auch durch das tower gold snowball durch das turret plating allerdings gleichzeitig wieder schwächer muss man mal sehen wie das ganze wird ja ähm elementar drache waren noch hier dies da sind obwohl das sind doch änderungen die habe ich noch gar nicht gesehen cool ähm elementar drache ja das heißt der erste drach spawn erst bei minute 5 ist natürlich deswegen gemacht weil irgendwas war doch da oder nicht hatten die genau weil die jetzt weniger weil die jetzt weniger dauer haben das heißt die spawn jetzt öfter und weil sonst könntest du wahrscheinlich mehr drakes haben und durch diesen nerf sag ich mal hast du wahrscheinlich immer noch die gleiche drake anzahl im game ja gold gibt es jetzt sogar 100 für das ist echt mal not so bad und xp ist so relativ gleich geblieben gibt aber gerade auf level 1 mehr nice ja infernal drag das hier ist wirklich neu für mich das sehe ich jetzt zum ersten mal das heißt live reaction das scaling was ok ich dachte ok ne ok ich hab also ja das scaling von 8 auf 10 prozent ich dachte jetzt nur 10 20 30 aber es ist ja im prinzip später gleich das heißt der erste infernal drag ist stärker der zweite minimal der dritte gleich ist eigentlich ganz cool vor allem dann wenn man sagt der gegner kriegt zwei infernals und du selber nur 1 das heißt dann ist gerade dein erster infernal eigentlich auch relativ stark und du bist gar nicht mal so hart behind also nicht ganz so hart mountain drag ist also im prinzip wird der erste drag überall gebufft kann sagen der erste und zweite und letzte bleibt gleich ja erste und zweite erste und zweite und letzte bleibt gleich sehr gut jungle camp experience haben wir auch noch nicht drüber gesprochen genau deswegen kommt dieses video so ein bisschen jungle camp experience wird bei allen reduziert das heißt du bekommst weniger xp ja das heißt nicht mehr 190 sondern 170 bla 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 außer im early game da ist es gleich warum wird das gemacht das wird deswegen gemacht weil die laning phase jetzt länger dauert die laning phase dauert länger wegen dem turret plating und dem ganzen krempel und deswegen sagt man soll im jungle auch ein bisschen das ganze ein bisschen langsamer vorangehen vonstatten gehen damit das irgendwie alles in der balance ist ja da spielt ja alles ein bisschen mit rein runes meine freunde es gibt jetzt runes ich kann mal gucken ob ich meinen klienten hier aufmache ja vielleicht könnt ihr es sehen ist noch ein bisschen groß aber kriegen wir hin das heißt für alle die es noch nicht gesehen haben es gibt ja jetzt zusätzliche runen ich bin gerade auf dem pb wollte eigentlich neko aufnehmen gibt es leider nicht hier könnt ihr wir machen mal so eine andere weil hier unten könnt ihr jetzt hier seht ihr es könnt ihr als rune auswählen ja das heißt ihr könnt jetzt sagen hey ich nehme hier 10 ap mit ich nehme hier 5 armor mit ich nehme hier 6 magiere mit ehrlich gesagt für mich ein bisschen den schritt zurück weil das system hatten wir schon mal so ähnlich mit einer größeren varianz das heißt du konntest wirklich alles in deine rune kloppen und jetzt kannst du halt nicht mehr so ganz viel verkehrt machen aber es ist okay naja ich möchte es jetzt nicht angreifen flieht footwork skate schlechter mit ap naja wir rennen ein bisschen wir müssen rennen leute denn wer nicht rennt der bleibt halt stehen der wird gefressen ja nicht rennen bleiben oder stehen bleiben also nicht rennen gleich lava so movement speed by celerity das ganze ist ja jetzt so dass es eure movement speed spells verstärkt das heißt wenn ihr metal und ultimate anderen habt dann lauft ihr schneller und jetzt lauft ihr nochmal um 8% in eurer ultimate schneller macht gibt euch allerdings kein damage mehr ist kacke also auf talon ne du machst ultimate du machst jomo du hast plus 30 40 hd ist jetzt nicht mehr jetzt hast du plus 10 movement speed oder so weiß ich nicht könnt mir gerne sagen was ihr von celerity haltet dakavist habe ich schon mal erklärt wer das wissen will muss sich halt mal ein anderes video angucken ne ich meine also ne ist das jetzt ist das jetzt fies von mir wenn ihr sagen wollt dass das fies von mir ist dann sagt es aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen too much hier muss ich sagen raveness hunter gibt weniger base healing ne stopp achso es gibt am anfang der erste stack gibt weniger alle anderen stacks geben aber immer noch 2,5% ist natürlich nerfed gerade dann für die early laning phase wo du noch keinen kill hast da hast du dich dann nämlich immer um 2,5% geheilt demolish wird jetzt ein bisschen gebufft das heißt das charge ich schneller auf macht aber weniger damage also ja gebuff kann ich sagen es wird gechanged generfed eigentlich würde ich sagen generfed shield bash muss ich sagen ist gg bash denn immer wenn ihr geschildet seid bekommt ihr 1-10 bonus armor magier sense ist okay kann man mit leben und wenn ihr ein schild bekommt ob ihr es jetzt von euch bekommt oder von einem verbündeten zum beispiel einer jenna dann macht euer nächster basic attack in 2 sekunden bla 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 bonus adaptive damage das heißt 4-21 plus 8,5% shield strange und 1,5% das hier ist sowieso gg bonus health das heißt was bedeutet das ein nautilus der einen riesen anker hat und sein schild an macht was mit hp skaliert das heißt ein 3000 hp nautilus drückt schild bedeutet er bekommt ein fettes schild ja hier fettes schild und er hat fett viel hp er haut euch mit einem auto tag und ihr seid arctic carry und ihr möchtet am liebsten euer game deinstallieren weiß nicht warum man das macht jetzt ich finde die änderung nicht gut muss ich sagen wenn man jetzt so champions wie poppy die vielleicht ein bisschen auf damage baut oder so fände ich es okay mit dem shield bash oder so für so ein bisschen offensive champs aber tanks mehr damage zu geben finde ich ist immer eine schwierige sache weil wenn da so ein bisschen skill hinter ist und man jetzt irgendwie den shield bash das schild werfen müsste oder mit skill irgendwas aber tanks sind halt sorry ich will jetzt niemanden blame aber du hast auf fast jedem tank nicht mal einen skill shot ne maokai ja also maokai ist ein bisschen schwieriger geworden aber du drückst w du drückst q du drückst e das sind alles spells die kannst du fast gar nicht verfehlen ne ultimate hat einen kilometer reichweite von links nach rechts nach ost nach süd ne also äh also weil ich glaube das hier wird richtig arctic solar wird sich freuen und arctic case werden sich freuen wenn er full tank tank ankommt und euch shield basht ja bone plating hält jetzt deutlich kürzer noch 1,5 sekunden gibt dafür aber mehr damage reduce ich finde bone plating sowieso kompletter müll ne ich glaube das ist eine schlechte änderung weil ja weißt ja also muss man übel drüber diskutieren ja weiß ich nicht es ist situativ in einigen matchups ist gut in einigen schlecht ne gegen poke ist es gut gegen ne stop gegen all ins ist es gut gegen poke ach leck mir ist mir egal ne also ist halt übel situativ kann man kann man ist aber die rune ist mir egal muss ich sagen ich wollte jetzt nicht verletzend drüber kommen tut mir leid ne chrysalis wurde entfernt die rune fand ich übrigens cool aber die wird natürlich entfernt overgrowth overgrowth ist jetzt so dass wenn ihr 100 also das ist ja so wenn gegner in eurer nähe sterben oder minions ja dann bekommt ihr ja quasi hp dazu also ihr bekommt 3 hp alle 8 minions und monster die in eurer nähe sterben so war es ja vorher auch aber ok vorher war es prozentual jetzt ist es halt direkte hp wenn ihr 120 minions und monster in eurer nähe gestorben sind bekommt ihr nochmal 2,5% helft drauf ist ok kleptomanie meine freunde ist auch interessant denn kleptomanie kann jetzt zweimal geprogged werden bedeutet ihr macht einen zauber und bekommt dann nicht für den nächsten basic attacks sondern für die nächsten 2 basic attacks 5 gold oder etwas niceres soll champions buffen die nicht azurel heißen ja das heißt weiß ich nicht wenn ihr coole ideen habt ilawi wird das übel buffen leute ilawi mains können sich freuen für ilawi ist das insane na ihr könnt ja trotzdem noch gerne andere champs nennen wo man sagen könnte dass es nice ist victor hm weiß ich nicht da machst du meistens halt nur q auto attack aber ja puh wir rennen leute wir müssen ausmachen ähm bounties das habe ich schon alles besprochen bounties teleport teleport wird zerstört du kannst es nämlich jetzt nicht mehr abbrechen das heißt du teleportierst und teleportierst in deinen tod teleport ist richtiger müll jetzt ähm und damit sind wir auch ziemlich durch ich wünsche euch was tut mir leid das so lange gedauert hat ich hau da rein auf wiedersehen zitrone ananas mayonaise und äh simonen papier joghurt tschüss schau schau schau